Okay, also, heute gibt es noch nie gehörte Songs, außer gerade eben bei dem Soundcheck. Und damit fangen wir jetzt noch an. Der Song heißt Vampire is Kiss. Die Song heißt Vampire is Kiss. Die Song heißt Vampire is Kiss. Die Song ist��릴게요. Die Song heißt Vampire is Kiss. Every morning I'm going, I'm on my way I lay my hands on fire Every morning I'm going, I'm in the same way I want somebody to pull you And you are lost away Don't come to watch a ride Run like your fight, run like your fight I'm gonna fight and you're on your mind Don't come to watch a ride Run like your fight, run like your fight Das war's für heute. 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 Ich weiß, ich weiß, Das war's für heute. 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 Das war's für heute, Das war's für heute. 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 Und... 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 Vielen, vielen Dank. Der nächste Song heißt Klay. Und es ist tatsächlich der letzte Song für heute Abend. Und... Feuert nochmal. Feuert nochmal schön für den letzten Song. Die Hand ist ja mehr als ein Song. Oh mein Gott! 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 Oh me Gott! Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020